Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 19 im Karrieremodus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn es euch wieder gefällt, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, falls ihr das noch nicht gemacht habt und schaltet die Glocke ein, dass ihr die weiteren Folgen nicht mehr verpasst. Heute starten wir in eine, ja, oder beziehungsweise in mehrere englische Wochen. Wenn wir gerade mal auf den Kalender schauen, jetzt gegen Leipzig und ihr seht, wir haben nicht mehr viele Tage dann Pause zwischen den Spielen. Hier haben wir zwei Tage Pause, vier Tage, zwei Tage, das zieht sich dann rein bis in den Oktober. Aber hier haben wir mal wieder eine größere Pause, bevor wir dann gegen die Bayern spielen. Aber bis dahin haben wir vier, fünf ordentliche Kracherspiele. Und deswegen werde ich jetzt auch gegen Leipzig ein bisschen umstellen, ja. Gegen Berlin haben wir gewonnen, 2-1, das war gut. So viele Punkte holen wie möglich, das ist mein Ziel. Gerade wenn wir in diese englischen Wochen reingehen und nicht immer ganz fit sind. Deswegen würde ich auch jetzt den neuen Mal die Chance geben, von Anfang an zu spielen. Also, da haben wir einmal Hinteregger, den bringe ich jetzt mal für, ja, machen wir mal für Vallejo. So, Kunde kann ruhig durchspielen, oder der kann ruhig spielen. Dann würde ich mal Täter reinbringen. Hier würde ich Kwame bringen. Dann bringen wir auch mal, schauen wir mal, haben wir noch irgendwen neu? Ne, Abraham hätten wir. Fernandes, guck, das ist halt das Gute, wenn wir so viele Leute haben. Da können wir einfach mal komplett durchwechseln. Sessinior. Ne, schauen wir mal hier im Mittelfeld, da können wir Toro reinbringen. Und Fernandes, da vertraue ich mal, da kostet er rechts. Luni, den lassen wir am Tor. Genau, hinten links, wie gesagt, da hätten wir Riveros reinstellen können. Dann wechsle ich nochmal kurz die Bank. Dann können wir auch mal einen wie Kamala mitnehmen. Ich habe mit dem zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, wie gut oder wie schlecht er ist. Hier lassen wir mal Barkok mit drauf. Und die anderen, die lassen wir so. Also, wir spielen auch im Schauer diesmal. Ich werde das Wetter nicht verändern, weil ein gewisser Hausaufgub sich immer beschwert, dass ich nur beim guten Wetter spiele. Junge, leck mir die Füße. Nein, der Daniel weiß schon, wie das gemeint ist. Alles gut. So. Die Bundesliga-Hymne. Ach, und ich sollte die Aufstellungen am Anfang laufen lassen. Ja, ob ich das jetzt unbedingt immer machen muss oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde, das zieht den Partner unnötig in die Länge. Aber, wie gesagt, ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. Soll ich die Aufstellung durchlaufen lassen? Ist ja nur so ein kleines Thema am Rande. Oder soll ich einfach starten? Weil bis dahin dauert es und dauert es und dauert es. Und ich will ja eigentlich spielen. Und ihr wollt ja eigentlich das Spiel sehen. Deshalb. Los geht's. Zweites Heimspiel. Dritter Spieltag gegen Leipzig. Das ist schon, ja, eine erste Reifeprüfung, würde ich sagen. Gegen Leipzig. Die sind nicht gerade schlecht drauf. Auch in echt. Glaube ich, die letzten fünf Spieler alle gewonnen. Liga, DFB-Pokal. Haben sie alles weggehauen. Aber mit uns ist nicht immer gut Kirschen essen. Wie das heißt. Aber Leipzig spielt sehr druckvoll. Es kommt uns aber vielleicht entgegen. Mateta mit der ersten Chance. Und Müller. Oh. Hat da einer die Position gewechselt? Oder ist das ein anderer Müller? Wahrscheinlich ist das ein anderer Müller. So. Zack. Das, was Leipzig drauf hat, das können wir auch. Nämlich Pressing vorne drauf. Schnell umschalten. Guck mal. In der Mitte. Es ist ja alles frei. Das ist eine Riesenlücke. Rebic mit der ersten Chance. Rebic und Müller ist im Tor. Also. Das wird ein witziges Spiel. Wenn Leipzig so offen steht in der Mitte. Aber natürlich haben sie vorne auch dann Chancen. Zu kontern. So wie jetzt. Mit Kevin Kampel. Da ist da Costa. Da muss er hin. Ja. Zunächst mal gewonnen. Und. Den verliert da. Mendy haben die sich gerufen. Ja. Nicht schlecht. Hinteregger klärt. Oh. Das haben wir nicht gut gemacht. Da dürfen wir keine Spirenzen machen. Aber Hinteregger. Wie gesagt. Wie eh und je. Der klärt ganz souverän. Und es geht wieder in die andere Richtung. Gerade mal eine Viertelstunde gespielt. Junge, Junge. Wie soll das bis zur 90. Minute denn gut gehen? Rebic kommt nicht ran. Nochmal Sessignon. Und da ist. Kwame. Schade. Oder geblockt. Und wieder in die andere Richtung. Ey das ist Wahnsinn. Highspeed-Fußball hier. Gefühlt 320 Stundenkilometer laufen hier rum. Und Lunin. Zeichnet sich zum ersten Mal aus. Aber das sind doch die Spiele, die man gerne guckt. Finde ich. Also ich finde solche Spiele, wo es hin und her geht, viel spannender. Als so ein Scheiß rumgeschieben. Und dann hast du 0-0 nach 90 Minuten. Ich finde, das ist öde. Ne. Achtung. Chance. Ich glaube durch Isanka. So. Wie schnell können wir umschalten? Wie schnell können wir umschalten? Da haben wir ein bisschen Glück. Rebic. Hat Platz. Jetzt ist es 4 gegen 4. 4 gegen 4. Wenn wir es gut ausspielen. Mateta mit der Chance auf sein erstes Tor für die Eintracht. Schade. Da wird er kurz vorher geblockt. Aber das ist halt der Nachteil vom Pressing. Irgendwann hast du halt mal. Ne Lücke. Du kannst nicht 90 Minuten den Gegner verteidigen. Das geht einfach nicht sowohl wir als auch Leipzig. Deswegen wird Leipzig auch ab und an nochmal Chancen kriegen. Da ist Werner. Oh Lunin. Bist du dir sicher? Ja. Ist er sich. Sehr gut. Spielt mit. Und Leipzig wieder mit Mondi. Kevin Kampel. Ilshanker. Medran. Oh. Werner. Pass auf. Hinter Egger klärt. Oh. Das war schlecht. Das haben wir nicht gut gemacht. Und da wäre es fast passiert. Das war mein Fehler. Nicht in die Mitte spielen. Lernt man schon in der E-Jugend. Hier. Das. Der Ball war es. Und dann eine gute Parade von Lunin. Oder? Ja. Der war noch dran. So. Ecke. Kevin Kampel macht das. Erster Pfosten. Diesmal ist Lunin da. Sicher. Ja. Leipzig bleibt dran. Orban. Mendy. Gamboa. Ja. Leipziger Druckspiel. Leipziger Pressing. Achtung. Werner. Versucht da den Ball auf Kampel. Aber da steht unsere Verteidigung. Und zur Not haben wir Lunin auch noch. So. Ja. Nirgendwo frei. Doch. Hier hinter Egger. Aber ihr seht. Zack. Wir werden sofort zugelaufen. Wenn wir da ruhig und präzise rausspielen. Dann ergeben sich solche Konterchancen. Kouami. Gegen Upamecano. Ne. Einer der besten Innenverteidiger für mich. Der Bundesliga. Neben Konaté. Das ist einfach Wahnsinn. Das sind zwei. Zwei Meter Schränke. Irgendwie. Gefühlt. Da kommst du aber nicht vorbei. So. Willems mal. Ne. Aufs der Senor. Ne. Kein Abseits. Geht weiter. Toro. Und unten weiter auf Fernandes. Er hat sich mal mit nach vorne geschlichen. Fernandes. Nicht als Torjäger bekannt. Aber immerhin eine Chance. Schön gemacht. Schade. Hätte ich vielleicht aufs lange Eck gezielt. Nun gut. Eckball. Mal gucken. Bei Haller hat es im letzten Part nicht so gut geklappt. Mit den Kopfbällen. Schauen wir mal wie es bei Matheta aussieht. Ja. Auch nicht schlecht. Außen Netz. Aber gut. Immerhin eine Chance. Halbe Stunde gespielt. Ich finde das trotzdem nach wie vor ein interessantes Spiel. Hin und her. Muss sich richtig schön konzentrieren. Und genau das sind die Spiele die man haben will. Im Karrieremodus. Nicht diese langweiligen 4-5-0-Siege. Wenn mal einer mit dabei ist. Mein Gott. Dann nehmen wir den auch gerne. Oder? So. Hinteregger treibt an. Oh. Fehler. Passiert. Aber komm. Den gewinnen wir. Yusuf Pausen. Hinteregger holt den sich. Sehr schön. So. Viel Platz. Viel grüne Fläche für uns. Matheta. Schön gespielt. Ach. Ist das gut gespielt. Und jetzt. Kwame. 39. Mit der Chance. Und dem sicheren 1-0. Das ist halt. Was ich schon oft gesagt habe. Der Nachteil vom Pressing. Du hast. Irgendwo dann immer eine Lücke. Und Kwame mit seiner Schnelligkeit. Macht dann das Tor. Und war Täter. Wieder als Vorladengeber. Warum haue ich mit dem Controller immer gegen meinen Tisch. Weiß ich nicht. So. Zwischen die Abwehr. Kwame. Sagen. Gut im Mittelfeld. Ruhig geblieben. Präzise. Aber das kann Leipzig auch. Gar keine Frage. Aber vielleicht. Haben wir ihn jetzt damit so ein bisschen den Zahn gezogen. Wieder Matheta. Und wieder Rebic. Gegen Obamecano. Ja. Da kommt Obamecano nicht hinterher. Und Rebic. Der Time-Finish war doch grün. Verstehe ich nicht. Normalerweise muss der im Winkel einschlagen. Pfiuh. Schade. Der hätte Müller nicht den Hauch einer Chance gehabt. Aber gut. Zwei Minuten haben wir noch. In der ersten Halbzeit. Und dann gehen wir hoffentlich mit einer Führung hier rein. Christian Kwame. Das macht wirklich ein gutes Spiel. Schade. Da kommt der Ball nicht durch. Aber wir haben schnelle Leute vorne. Damit hat Leipzig momentan Probleme. Oh. Wenn Rebic ein bisschen besser kontrolliert kriegt. Ich breche im Strahl. Schade. Zack. Kopfball gewonnen. Und wenn es gar nicht geht. Bauen wir einfach hinten rum auf. Wir müssen gar nicht. Immer schnell nach vorne. Guckst du. Ja. Zack. Hat da viel Platz. Und schickt nochmal Christian Kwame. Der hält den Ball. Bekommt den nochmal. Schön gemacht. Das ist kein Abseits. Ganz hinten ist Fernandes. Wenn er den sieht. Den sieht er auch. Aber Fernandes. Verliert leider das Kopfballduell. Wir führen verdient. 1 zu 0. Aber Leipzig. Vorsicht. Ist noch nicht geschlagen. Ist eine ganz gefährliche Truppe. Ihr seht drei Schüsse. Drei Schüsse aufs Tor. Und die waren gar nicht schlecht. Aber auch nur weil wir glaube ich Fehler gemacht haben. Und die neuen bringen sich gut ein. Also Hinteregger. Jules Kunde sowieso. Matheta bin ich auch überzeugt. Für Christian Kwame freut mich das auch. Da steigt der Wert dann hoffentlich umso schneller. Und jetzt starten wir rein. Und schauen mal. Dass wir uns mit einem Sieg Selbstvertrauen für das erste Champions-League-Spiel holen. Das war ja ansonsten nur in FIFA möglich. Aber es ist sogar auch in Wirklichkeit möglich. Wenn die Eintracht nochmal Gas gibt im Endspurt der Saison. Dann sind diese Spiele nicht mehr virtuell möglich. Sondern auch real. Real Madrid dann wahrscheinlich. So. Erste Chance. Weiß ich gar nicht. Diego Demme. Sieht so aus wie Diego Demme. Oder Metran. Weiß ich gar nicht. So. Leipzig greift noch früher an. Ihr seht. Wenn sie den Ball erobern. Dann wird es gefährlich. Das dürfen wir halt nicht. Nicht provozieren. Diese Philippe Pässe. Und wenn sie ihn verlieren. Dann haben wir vorne ein bisschen Platz. Das meine ich. Das ist der Senior mit Mateta. Mateta ist ein unangenehm zu spielender Gegner. Spieler, glaube ich. Als Verteidiger hast du da nicht so viel Spaß. Dann guck. Zack. Die Rücken raus. Und wir haben die Lücken. Und wir spielen das super. Rebic. Außen. Jetzt aber. Komm. Hol dir dein Tor, Junge. Wieder grüner Time-Finish. Habt ihr das gesehen? Kamada kommt rein. Daichi Kamada. Der ein Jahr nach Belgien verliehen war. Ich raff das nicht. Grüner Time-Finish. Der muss eigentlich reingehen. Steht so im Gesetz. Schlagt nach. Seite 15. Absatz 2. Grüner Time-Finish. Ist immer gleich. Gestellt mit dem Tor. So. Rebic. Da kostet er. Und wieder Rebic. Der spult heute schön Meter ab. Aber muss er auch. Und macht er auch. So. Flanke. Se, Senior. 2 zu 0. 57. Si, Senior. Weil wir Überzahl hatten. Überzahl am zweiten Pfosten. Und da macht auch mal so ein kleiner Mann. Wie ist der Senior. Ein Kopfballtor. Sei ihm auch gegönnt. Und wieder geht's nur über Geschwindigkeit. Zack. Hinten. Hat einer gepennt. Und wieder hilft der Pfosten. Wie in Berlin. Aber gut. 2 zu 0 nach einer Stunde. Das ist gut. Sehr schön. Freut mich. Dass wir so gut reingestartet sind. Und ihr seht. Egal wen wir spielen lassen. Auch wenn es jetzt mal in Anführungszeichen die zweite Garde ist. Da ist Verlass drauf. Da haben wir uns gut verstärkt. Und ja. Läuft. Die erste Mannschaft. Die kann sich ausruhen. In Anführungszeichen erste Mannschaft. Die dann gegen Lyon wieder ran darf. Und hoffentlich auch siegreich spielt. Und ich hoffe die anderen machen das jetzt hier noch eine halbe Stunde konzentriert. Dass wir hier den dritten Saisonsieg haben. Jules Kunde. Schön und ruhig gemacht. Guck mal. Ihr seht. Das ist sehr gefährlich. Dass die Leipziger das aber auch selber nicht merken. Dass sie sich da mit völlig ein Eigentor schießen. Wenn sie jetzt so weiterspielen. Willems. Da ist Mateta in der Mitte. Den würde ich jetzt auch mal ein Tor gönnen. Schade. Müller ist wieder da. Und Hinteregger. Zack. Der gewinnt jedes Kopfballduell. Das gibt es gar nicht ey. So. Mateta im Doppelpass mit Rebic. Rebic auf Daichi Kamada. Jawohl. Jetzt klappt aber auch alles. Zack. Zack. One-Touch-Football hier in Frankfurt. Und Daichi Kamada. Der Rückkehrer aus Belgien. Macht das dritte Tor. Tja. Erste Aktion glaube ich. Guck mal. Das war doch wirklich super gespielt. Ein Doppelpass. Noch ein Pass in der Mitte. Zack. Das ist schon meisterwürdig. Aber. Runterkommen. Ist erst der dritte Spieltag. So. Lamela. Den haben sie aber schon in der letzten Saison gehabt. Der kommt nochmal rein. 3 zu 0. 66. Minute. Und. Ja. Ich hab's gesagt. Wenn auch mal ein Spiel dabei ist. Wo wir 3 oder 4 zu 0 gewinnen. Müssen wir das einfach mitnehmen. Wir werden auch Spiele haben. Wo wir denke ich mal. Rumkrebeln. Und. Zumindest froh sind. Wenn wir dann noch einen Punkt holen. Aber gut. Daichi Kamada. Rebic oben. Gegen Klostermann. Gut gemacht von Klostermann. Gut. Rebic ist das auch ein bisschen am Arsch. Aber der ist auch viel gelaufen. Also. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Yusuf Pausen. Außen da Costa. Gegen Klostermann. Und. Hinteregger. Und Jules Koundé. Einfach weg. Genau. Jetzt muss es einfach mal robust sein. Zack. Und Mateta hält den Ball. Aber. Kamada kommt nicht ran. Aber solche Bälle. Das ist ein. Geschenk für Ludin. Ich glaube wir haben Leipzig den Zahn gezogen. Ich glaube. So richtig. Fuß in die Tür. Kriegen sie nicht mehr. Es sei denn. Wir laden sie ein. Aber ich glaube nicht. So. Daichi Kamada. Treibt den Ball. Mateta. Komm. Wir warten auf den Richtung. Moment. Da ist er. So. Rebic nochmal an zweiten Pfosten. Oh. Kamada. Läufst du durch? Kriegst du den? Komm. 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 Hopp. Hopp. Schade. Zu lange für. Kamada. Aber der holt sie in sich wieder. Super gemacht. Cessignon. Toro jetzt. Er hält den Ball. Sehr schön. Nochmal Doppelpass. Ah. Mateta. Der will unbedingt. Man merkt ey. Wirft sich in jeden Zweikampf rein. Sehr aktiv vorne. Aber ein Stürmer lebt von seinen Toren. Die hat er bislang noch nicht. Aber die macht er. Vielleicht ja jetzt. Cessignon. Ne. Der kommt auf Rebic. Neun Minuten setzen wir nochmal nach. Nochmal Pressing spielen. Und das. Ist das was die Leipziger auch gut drauf haben. Nochmal Werner außen. Gegen zwei. Hat er gut gemacht. Aber viel zu einfach. Klostermann. Da ist Yusuf Pausen. Und Lunin. Komm. Einen langen Ball mach ich nochmal. Den riskiere ich mal. Ich dachte der kommt auf Rebic. Schade. Sonst hätte ich mit dem. Mit meinem Täter nochmal verlängert. Gut. Bei 3-0 darf ich das auch mal. Okay. Bei 3-0 darf ich ein bisschen riskant spielen. Hinterägger. Lunin. Sieht ja alles gut aus. Alles gut. Leipzig versucht mit Krampf noch wenigstens ein Tor zu schießen. Aber das. Werden sie hoffentlich nicht schaffen. Zunudel ist immer gut. Das wäre unser erstes Spiel. Das wir zu Null spielen in der Saison. Reveros nochmal für Willems. Die ersten beiden Spiele. Da haben wir immer Gegentore. Bekommen. Deswegen wäre es schön. Wenn wir mal dieses Spiel zu Null spielen. Werner. Dann haben wir nochmal. Kevin Kampel gegen Jules Kunde. Und der haut den Ball raus. Hoffentlich. Einmal. Wo ist er denn? Da ist er. Ich dachte, er ist in der Erdatmosphäre verschwunden. So. Nochmal Rebic. Den Angriff lässt er noch. Rebic gegen Klostermann. Da kommt Daichi Kamala mit. Sessignon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schwerfällig. Okay. Alles klar. 3-0. Ist egal. Dritter Sieg. Das dürfte mal die Tabellenführung bedeuten. Wenn die Bayern jetzt nicht höher gewonnen haben. Alles gut. Perfekt. Ein super Spiel gegen Leipzig. In der ersten Halbzeit war es echt noch ein Spiel auf beide Tore. Marius Müller. Okay. Sagt mir gar nichts. Ja. In der zweiten Halbzeit war da nicht mehr viel zu sehen von Leipzig. Muss man sagen. Rebic. Mann des Spiels. Hat der ein Tor oder eine Vorlage dann? Zwei Vorlagen. Super. Matete hat auch wieder eine. Leider noch kein Tor. Aber Kamala. Freut mich. Und dann gehen wir jetzt rein gegen Lyon. Ja, mega. Hoffentlich kriege ich dafür jetzt keinen Copyright-Strike. Ich wollte da jetzt nicht reinquatschen deswegen. Aber das könnte wirklich auch nächste Saison Realität sein. Wenn die Eintracht das nur noch über die Ziellinie bringt. Wenn die irgendwie noch, weiß ich nicht, fünf, sechs Punkte holt. Wenn sie gegen Mainz zu Hause gewinnen. In Leverkusen vielleicht was mitnehmen. Gut. Und in München da, da glaube ich, werden sie nix holen. Aber die Chance ist da. Die Chance war noch nie so groß wie diese Saison. Und ich glaube, die Spieler wollen auch. Die Spieler wollen auch, glaube ich. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass die Eintracht nächste Saison auch wie hier bei mir in FIFA Champions League spielt. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wie immer. Empfehlt mich gerne weiter. Wenn ihr Freunde habt, die auch gerne FIFA gucken. Sagt mal, ey, da gibt's so einen. Huch. Der will jetzt nicht die Karriere beenden, sondern der macht super FIFA Let's Plays. Würde mich freuen. Macht's gut. Und ciao.